Wie lange dauert das Laden eines Elektroautos? Worauf muss ich beim Laden eines E-Autos achten? Brauche ich eine Wallbox oder reicht eine normale Steckdose? Was ist denn die ideale Länge für das Ladekabel? Und darf ich eine Wallbox bei mir zu Hause installieren? Ahoi zu unserem großen E-Mobilitäts-Fakten-Check Teil 4. Heute reden wir mal über das Laden von Elektroautos und was dabei zu beachten ist. Ich kläre ganz allgemeine Fragen zum Laden, aber gebe auch Tipps für Fortgeschrittene. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier. Beim Insta-Driver Fakten-Check. Du fährst bereits elektrisch und hast Interesse an Elektroautos? Dann komm am 26. Juni zu Rock den Ring, dem E-Mobility-Festival. Teste die neuesten Elektroautos und Elektro-Zweiräder und melde dein E-Auto an, um gemeinsam ein Zeichen zu setzen. Rock den Ring. Alle Infos unter dem Link in der Infobox. Elektroautos laden heutzutage schon ziemlich schnell. Es gibt Modelle, die in 18 bis 25 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufgeladen sind. Das ist meines Erachtens fantastisch und dauert so lange wie ein Toilettengang und ein kleiner Imbiss an der Raststation. Aber selbst diese Elektroautos laden nicht immer gleich schnell. Je nach Temperatur, Außentemperatur und auch Akkutemperatur kann auch so ein Modell mal länger für einen Ladevorgang brauchen. Auch die Ladesäule bestimmt die Ladegeschwindigkeit, dazu aber gleich mehr. Die am schnellsten ladeten Elektroautos sind Tesla, Hyundai, Ioniq 5, Kia EV6, Porsche Taycan, Audi e-tron GT. In diesem Vergleich des ADAC seht ihr, wie viele Kilometer an Reichweite die folgenden Autos in 10, 20 und 30 Minuten hinzuladen können. Der Hyundai Ioniq 5 zum Beispiel lädt in 10 Minuten um die 180 Kilometer Reichweite nach, in 20 Minuten 307 Kilometer. Und das ist schon ordentlich. Ich habe den selben Test auch mal selbst gemacht, weil ich wissen wollte, wie akkurat sind diese Werte, wenn man tatsächlich nachher in das Auto einsteigt und losfährt. Das habe ich auch gemacht. Ich habe das Auto nur 5 Minuten geladen, also so lange wie ein durchschnittlicher Tankstop bei einem Verbrenner dauert. Und danach habe ich mich wie gesagt in einen Ioniq gesetzt und bin damit losgefahren, bis die Ladung wieder leer war. Und ich war ehrlich gesagt erstaunt, wie weit ich tatsächlich mit diesen 5 Minuten Laden gekommen bin. Das Video dazu, das findet ihr hier oben. Alright, für die erfahrenen Elektroautofahrer unter euch, ihr könnt mit den Sprungmarken jetzt zu den Experten-Tipps springen oder ihr hört euch nochmal die Standardbegriffe oder die Grundbegriffe und die Technik des Ladens an. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mit dabei bleibt. Also, eine kurze Begriffsdefinition, damit wir wissen, wovon wir sprechen. Ein Elektroauto kann mit Gleichstrom und Wechselstrom laden. Gleichstrom, englisch also Direct Current oder auch kurz DC genannt, ist vereinfacht gesagt Strom, dessen Momentanwert der Stromstärke sich im zeitlichen Verlauf nicht ändert. Mit Gleichstrom kann man schnell laden, allerdings ist eine kostenintensive Installation einer Transformatorstation nötig, da unser Netz auf Wechselstrom basiert. Daher gibt es bei den ganz starken Schnellladern immer diese Transformatorstation daneben und die gibt es meistens nur in Raststationen oder in der Nähe von der Autobahn, wo man sie tatsächlich benötigt. Wechselstrom hingegen, also Alternating Current, kurz AC genannt, ist Strom, der seine Richtung, also die Polung, regelmäßig ändert. Mit Wechselstrom wird langsamer geladen, jedoch steht er an jeder Haushaltssteckdose sozusagen zur Verfügung. Das ist der Vorteil, denn da verwenden wir auch Wechselstrom. Und jetzt wird es spannend, denn der Akku eines Elektroautos kann nur Gleichstrom aufnehmen. Da das öffentliche Stromnetz aber immer auf Wechselstrom, also AC, basiert, muss der Strom auf dem Weg zum Akku gleichgerichtet werden. Also es muss eine Transformation von Wechselstrom in Gleichstrom stattfinden. Wenn wir unser Elektroauto also an einer AC-Ladesäule laden, übernimmt die AC-DC-Wandlung ein fahrzeugeigener Laderegler. Das passiert alles automatisiert, da müsst ihr euch keine Gedanken drum machen, hat jedes Elektroauto. Das Ganze nennen wir dann auch einfach, kurz gesagt, Wechselstromladung. Also AC-Laden eines Elektroautos. Erledigt die Ladestation bereits die Umwandlung vom Netz, Wechselstrom zu Gleichstrom, mit Hilfe eines Gleichrichters nennt sich das Ganze dann Gleichstromladen oder DC-Laden. Und das geht meistens erheblich schneller. Wir nennen das Ganze auch Schnellladen. So, in der Praxis muss man das aber alles nicht wissen, denn man steckt das Elektroauto einfach an der nächsten Ladestation an und gut ist es. Entweder sind an der Ladestation bereits Kabel vorhanden oder man steckt sein eigens mitgebrachtes Ladekabel an. Zum Schnellladen auf Raststätten sind die Kabel aber immer vorher vorhanden. Wenn ihr bei eurem Elektroauto jetzt kein Kabel dazu bekommen habt oder euch dieses zu kurz ist, dann ist der nächste Punkt für euch spannend. Was ist die ideale Länge des Ladekabels? Elektroautos verfügen über Ladeklappen. Dort gibt es einen Ladeanschluss, da kommt das Kabel rein. Und diese sind meistens an verschiedenen Positionen angebracht. Also je nach Hersteller oder auch nach Modell kann das variieren. Im Unterschied zum Verbrennerfahrzeug gibt es auch Modelle, da ist der Ladeanschluss vorne über der Stoßstange und dann spricht man von einem Nasenlader, wie zum Beispiel dem Hyundai Kona. Er kann auch an der Seite vorne am Kotflügel sein, wie zum Beispiel beim Porsche Taycan. Was die ideale Position des Ladeanschlusses ist, hängt vom jeweiligen Land ab, wo ihr seid. Und darüber wird generell breit diskutiert. Nasenlader bieten den Vorteil, dass man direkt zur Ladestation zufahren kann, ohne dass man rückwärts zur Ladestation hinzufahren muss. An Schnellladesäulen auf der Autobahn herrscht aber meistens Nierenplatzmangel und ihr könnt mit jedem Elektroauto problemlos, egal wo sich der Anschluss befindet, zufahren. Aber in der Stadt kann es mit einem kurzen Ladekabel vor allem manchmal zu Umständen führen oder dass ihr sogar gar nicht laden könnt, ohne die Regeln zu brechen, je nachdem, wo sich der Anschluss jetzt befindet. Daher würde ich ein Ladekabel im Kofferraum mit der Länge von 5 bis 6 Metern empfehlen. Dann könnt ihr auch mit jedem Anschluss, egal wo der sich befindet, und auch bei jeder Ladestation gemütlich laden. Längere Kabel sind aber auch nicht so ideal, denn die führen zu mehr Ladeverlusten. Wo kann man denn überhaupt laden und wie finde ich konkret eine Ladesäule in meiner Nähe? Ja, dazu benutzt man am besten eine Smartphone-App oder das fahrzeugeigene Navigationssystem. Aber ein wichtiger Tipp hier, wenn ihr keine Handys und Smartphone-Apps verwenden wollt, kann ich euch nur diese folgenden Elektroautos empfehlen, und zwar von Tesla, von Polestar und den neuen Renault Megane E-Tech Electric. Polestar als auch der neue Renault haben ein Google-Android-basierendes Navigationssystem und das Ganze nennt sich Google Automotive. Und da habt ihr bereits die perfekte Ladeplanung on board, als auch super Apps wie Spotify, Netflix, a better route planner und vieles, vieles mehr. Kann ich wirklich empfehlen, bei Polestar das Navigationssystem ist fantastisch. Elektroautos, ja, bieten generell alle natürliche Ladeplanung und so weiter an, aber da gibt es sehr große Unterschiede. Bei den meisten Elektroautos ist daher noch eine Handy-App oder eine Smartphone-App zu empfehlen, um einfach Hilfe zu bekommen. Empfehlen kann ich hier folgende Apps, für Apple-Geräte Charge EV und für Android-Handys EV Map. Beide Apps sind kostenlos und zeigen euch alle verfügbaren Lademöglichkeiten an und ihr könnt auch beliebig filtern. Klar, wenn ihr zum Beispiel immer bei EnBW ladet oder bei ADAC, ÖAMDC, Smetrix und so weiter, sind natürlich diese eigenen Apps auch noch mal gut, da ihr immer die jeweiligen Stationen findet, mit sehr, sehr vielen zusätzlichen Informationen, auch ob die Ladesäule gerade besetzt ist und so weiter. Wer das Auffinden an der Ladesäule gleich mit der passenden Routenplanung verbinden möchte, verwendet am besten auch a better route planner. Dieses Tool ist grandios und zum Beispiel auch beim Polestar 2 direkt als App im Infotainmentsystem installierbar. Auch wir von Instadrive bieten auf unserer Website eine Suchmöglichkeit für Ladestationen an. Den Link dazu, den gibt es hier oben. Kommen wir nun zu einer wichtigen Frage, wie lange dauert das Laden mit einem Elektroauto? Zum Thema Ladegeschwindigkeit möchte ich vorab einige Informationen loswerden. Die Hersteller geben bei den Kapazitätsangaben gerne die Bruttokapazität ihrer Akkus an, weil das nach größerer Batterie klingt. Das ist aber nur die technisch maximal verfügbare Kapazität. Praxisrelevant ist allerdings die Nettokapazität, denn das ist die tatsächlich verfügbare Kapazität im Akku, die ihr verwenden könnt. Diese liegt dann durchschnittlich, kann man sagen, pauschal um ca. 10% niedriger als die Bruttokapazität, aber das schwankt sehr stark. Nach Herstellung kann man so pauschal eigentlich gar nicht sagen. Wenn man eine ungefähre Angabe darüber benötigt, wie lange jetzt ein Ladevorgang für ein Elektroauto dauert, also von 0 bis 100%, dividiert man die Batteriekapazität netto durch die Ladeleistung. So braucht man zum Beispiel mal einen 55 kWh Netto-Akku an einer Wallbox mit einer Ladeleistung von 11 kW aufzuladen, ca. 5 Stunden. 55 durch 11 sind 5. Für das Schnellladen gibt es den Wert der maximalen Ladeleistung DC als Angabe. Diese Angabe ist jedoch kein Durchschnittswert, sondern ein Maximalwert und das Elektroauto lädt nicht durchgehend mit dieser Geschwindigkeit. Da müsst ihr aufpassen. Beispiel 55 kW Elektroauto wieder, Netto-Kapazität mit 100 kW DC Ladeleistung als Angabe. Hier stimmt die Rechnung 55 durch 100 dann nicht mehr, dass das Elektroauto dann sicher in 30 Minuten wieder voll ist, also von 0 auf 100 schon gar nicht. Denn ab 80% laden E-Autos am Schnelllader immer langsamer, weil es für den Akku schlecht wäre, zum Schluss noch mit so hoher Ladeleistung reinzuballern. Daher reguliert ein Batterie-Management-System die Ladeleistung runter und so wird je nach Ladestand eine andere Ladeleistung auch erreicht. In der Praxis spielen dann auch noch weitere Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel Außentemperatur und in weiterer Folge dann auch die Temperatur des Akkus. Ist die Akkutemperatur zu hoch oder zu niedrig, wird generell langsamer geladen. Ein Akku fühlt sich nun mal bei Temperaturen um die 20 Grad am wohlsten, so wie wir Menschen eigentlich auch, das kann man sich gut merken. Die meisten neuen Elektroautos haben daher die Möglichkeit, den Akku zu kühlen bzw. zu erwärmen, um die Zellen gesund zu halten und um die Ladeleistung für uns beim Laden zu erhöhen. Fragt am besten bei eurem Wunschauto mal den Händler oder den Hersteller nach dieser Funktion, dann werdet ihr auch schlau drüber. Bei InstaDrive gibt es nicht nur ein Rundum-Sorglos-Paket mit einem Preis für alles außer Laden, sondern auch noch ein herstellerübergreifendes Angebot mit den besten Elektroautos zu einem fairen Preis und 100% der TRK-Quote gibt es auch noch in Deutschland für alle, die auch kein Auto bei InstaDrive haben. Schaut mal vorbei, ich verlinke euch den Link hier oben, ein Blick lohnt sich. So, kommen wir nun zu den Ladetipps für Fortgeschrittene. Wenn ihr die maximale Lebensdauer für euren Elektroauto-Akku haben wollt, dann ist das der ultimative Tipp. Haltet den Akkustand immer um die 50%. Bedeutet, immer von ab 20% wieder auf 60% laden, außer ihr braucht definitiv die Reichweite, dann könnt ihr auch ab und zu mal auf 80% bzw. höher laden. Im Einzelfall natürlich auch bis 90% oder 100%, wenn ihr die Reichweite braucht. Wenn das Auto länger steht, dann immer mit um die 50% abstellen und auf jeden Fall vermeiden, das Auto mit 100% Akkuladung länger unbewegt stehen zu lassen. Wenn ihr diesen Tipp befolgt, hält euer Elektroauto-Akku am längsten. Also was möglich ist, je nach Hersteller kann sich das auch unterscheiden. Aber mit diesem Tipp seid ihr wirklich vorne mit dabei. Wenn ihr nicht so übervorsichtig sein wollt, reicht es natürlich auch vollkommen, an den Akku immer zwischen 20% und 80% zu laden und dann im Falle der benötigten Reichweite auch mal höher zu laden. Aber das Laden über 80% oder über 90% belastet den Akku. Aber klar, auf Langstrecken reisen macht es vollkommen Sinn, den Akku zu Beginn auf 100% zu laden und dann bei jedem Ladestop auf maximal 80% aufzuladen. Denn darüber hinaus dauert die Ladung ohne dies viel länger, haben wir schon besprochen, weil das Batterie-Management-System den Akku schützt, damit die Zellen nicht beschädigt werden, wenn man mit so einer riesigen Ladeleistung hier reinballert. Ich werde hier auch eine eigene Akkureihe machen auf diesem Kanal, da erfährt ihr wertvolle Tipps zu eurem Akku, aber auch die neuesten Entwicklungen, was sich am Markt und in der Forschung tut. Abonniert dazu gleich den Kanal und aktiviert die Glocke und hier tut sich ja rasant vieles, lohnt sich hier am neuesten Stand zu bleiben. So, kommen wir zum nächsten Thema, Wallbox oder Haushaltssteckdose? Wie lädt man zu Hause? Die einfachste Möglichkeit ist das Aufladen an der üblichen Haushaltssteckdose. Das ist günstiger aufgrund der Anschaffung, weil man sich die Installation einer Wallbox erspart und es kann durchaus oftmals auch ausreichen. Prüft es mal nach, gerade wenn man eh die ganze Nacht steht und nicht immer die volle hohe Reichweite braucht, dann reicht oftmals eine Haushaltssteckdose auch aus. Man sollte aber wissen, dass vor allem ältere Haushaltssteckdosen nicht für diese stundenlange Dauerbelastung geeignet sind, die so ein Ladevorgang darstellt und im extremen Fall, ich möchte jetzt hier keine Panik schüren, aber kann es durchaus zu Kurzschlüssen und Kabelbränden kommen. Auf der sicheren Seite seid ihr, wenn ihr sagt, okay mir reicht die Haushaltssteckdose, holt euch einen Experten mit Elektroinstallationen ins Haus, der soll diese Leitungen mal durchaus kontrollieren und dann ist es auch gut. Oder ihr lasst euch gleich von dem fachmännisch eine Wallbox installieren. Durch eine Wallbox sind dann auch schnellere Ladeleistungen und eine sichere Handhabung zu Hause möglich. An der Wallbox wird dann mit Wechselstrom geladen und das mit bis zu 22 kW. Das ist schnell. An der Haushaltssteckdose geht es nur mit maximal 3,6 kW voran. Könnt ihr euch natürlich ausrechnen mit dem Trick vorher, wie lange ihr für eine Ladung mit eurem Elektroauto braucht. Mit 22 kW geht es natürlich schneller. AC sind maximal auch bis zu 43 kW möglich, was jedoch selten benutzt wird. Zu den Elektroautos, die mit 22 kW Wechselstrom laden können, gehören nicht alle Modelle, nur einige von Audi, Porsche und Mercedes sowie einige Modelle von Smart und Renault. Für diese Fahrzeuge wäre eine 22 kW Wallbox ideal. Damit kann man dann pro Stunde, wie gesagt, 22 kWh in den Akku hineinladen. Für alle anderen Elektroautos reicht eine Wallbox mit 11 kW Ladeleistung. Mehr können die meisten On-Board-Charger von Elektroautos sowieso nicht verarbeiten. Je nach Ausstattung und Ladeleistung sollte man in etwa mit 500 bis 2000 Euro für eine Wallbox rechnen. Dazu kommen dann noch die Kosten für die Elektroinstallation und die Montage. Eine super Lösung ist auch der Juice Booster, falls ihr ihn noch nicht kennt. Der macht nämlich aus jeder Steckdose deine mobile Wallbox. Denn Wallboxen müssen nicht immer zwangsläufig fest installiert sein. Es gibt sie auch in mobiler Ausführung und da ist der Juice Booster ideal. Man kann sie bei Bedarf auch mitnehmen oder einfach zu Hause in die Wandhalterung hängen und hat somit einen Ersatz für eine fest montierte Wallbox. Die natürlich auch genauso zuverlässig und schnell funktioniert wie eine reguläre Wallbox. Die nicht erforderliche Wandmontage und die nicht nötige Nachrüstung eines FI-Schutzschalters im Hause führen üblicherweise zu niedrigeren Kosten im Vergleich zu einer fest montierten Wallbox. Im E-Mobility Shop, Link gibt es hier oben, gibt es den Juice Booster und anderes Ladezubehör zu einem guten Preis. So, darf ich überhaupt einfach eine Wallbox installieren? Dazu ist eine gute Frage, wenn ihr Bedenken habt. Wie gesagt, Juice Booster. Aber Mieter und Mitglieder einer Eigentümergemeinschaft mussten früher ja noch große Hürden überwinden, wenn sie eine Wallbox installieren wollten. Die Schaudergeschichten habt ihr sicher schon mal gehört. Das hat sich aber seit Dezember 2020 geändert. Durch das neu geregelte Wohnungseigentumsgesetz WEG kann mittlerweile selbst ein einzelner Mieteigentümer durchsetzen, dass eine Wallbox in einem Mehrfamilienhaus installiert wird. Mieter haben dasselbe Recht aufgrund eines neu gestalteten Paragraphen 554 im bürgerlichen Gesetzbuch BGB. In Deutschland ist für den Betrieb allerdings eine Anmeldung beim Netzbetreiber nötig und bei Ladeleistungen über 12 kW ist darüber hinaus sogar eine Genehmigung für den Betrieb einzuholen. Ebenso wurde in Österreich zum Jahreswechsel 2021-2022 die Installation solcher Geräte mit der Novellierung des Wohnungseigentumsgesetzes signifikant vereinfacht. Wer genaue Informationen dazu braucht, kann sich zum Beispiel unter diesem Link hier schlauer machen. In Österreich wird die Anschaffung einer Wallbox übrigens vom Staat gefördert. Die Fördermittel bewegen sich zwischen 600 und 1.800 Euro. Die Kosten beim Zuhause laden sind wesentlich niedriger, da man den Strompreis seines eigenen Energieversorgers bezahlt. Kommt der Strom aus der heimischen Steckdose, zahlt man pro Kilowattstunde in Deutschland. Mit aktuellen Daten Juni 2022 im Durchschnitt ca. 36 Cent. In Österreich sind es durchschnittlich nur 22,5 Cent. Zu Hause ist es also am günstigsten und deshalb macht es auch Sinn, das Elektroauto zu Hause zu laden, entweder über die Schuko-Steckdose oder wie gesagt über eine Wallbox oder eine mobile Wallbox. Die Kosten bei öffentlichen AC, also Wechselstrom-Ladestationen, sind von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich. Die Preise schwanken da zwischen 29 und 49 Cent pro Kilowattstunde. Wer dann an öffentlichen DC-Ladern, also Schnellladern, Strom tankt, wie man sie etwa entlang der Autobahn findet, der muss teilweise noch tiefer in die Tasche greifen. Je nach Ladetarif rufen Anbieter etwa 49 bis 79 Cent pro Kilowattstunde auf. So, abschließend noch ein paar Worte zum Phänomen Ladeverluste, denn wenn wir schon über das Elektroautoladen reden, darf von einem Aspekt, der darf nicht vernachlässigt werden, und zwar in dem Akku kommt meist nicht so viel Strom an, wie wir tatsächlich hineinladen. Das Thema dabei sind Ladeverluste. Und diese Ladeverluste, die entstehen generell beim Laden von akkubetriebenen Geräten in der vorgelagerten Elektroinstallation, sowie in der Ladevorrichtung im Bordladegerät und auch in der Antriebsbatterie. Schuld ist beispielsweise der elektrische Widerstand in Kabeln und Leitungen, der einfach dafür sorgt, dass ein Teil der Energie in Form von Wärme verloren geht, also nicht in den Akku wandert. Viele Faktoren spielen dabei eine Rolle, zum Beispiel der Kabeldurchmesser, die Länge, die Temperatur, der Akkufüllstand, aber auch die abgerufene Ladeleistung. Eine Schnellladung mit hoher Leistung ist beispielsweise meist weniger effizient als langsames Laden über mehrere Stunden. Alright, ich hoffe, ihr habt damit mal einen guten Einblick in die Welt des Elektroautoladens bekommen. Vergesst nicht, wenn ihr ein Elektroauto haben wollt, das extrem schnell lädt, schaut euch Modelle von Tesla an, den Hyundai Ioniq 5, den Kia EV6 zum Beispiel, aber auch Modelle von Audi und Porsche. Schreibt mir in die Kommentare, was euch noch gefehlt hat an diesem Video, welche Informationen euch gefehlt haben und wie das Laden mit eurem Elektroauto derzeit so ist. Habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Habt ihr eher weniger gute Erfahrungen damit gemacht? Habt ihr schon ein Elektroauto oder überlegt ihr gerade umzusteigen? Auf welches Elektroauto wollt ihr denn umsteigen? Schreibt mir das in die Kommentare und ich freue mich, wenn ihr auch bei dem Video hier jetzt ein Like hinterlässt und ein Abo dalässt, die beim Insta-Driver. Es gibt ja hier jede Woche tolle Videos und unsere Faktencheck-Reihe, die Insta-News und vieles, vieles mehr. Bei Insta-Drive gibt es übrigens ein Rundum-Sorglos-Paket mit einem Preis pro Monat und da ist alles inkludiert außer das Laden. Die THG-Quote in Deutschland könnt ihr übrigens auch über Insta-Drive beantragen, wenn ihr euer Elektroauto auch von woanders habt. Denn hier gibt es 100% der Prämie und keine Provision zu bezahlen und das zahlt sich aus. Schaut mal rein, diesen Link habe ich euch schon verlinkt in der Infobox, müsst ihr nochmal nachsehen, findet ihr aber auch unten in der Videobeschreibung. Ja, ansonsten freue ich mich, dass ihr wieder dabei wart. Hier beim Faktencheck teilt dieses Video mit euren Freunden, Bekannten, Verwandten und allen, die es noch gibt, die es interessieren könnte. Ich bin Made, fahre euch vollelektrisch unterwegs und ihr kennt das ja schon, meinen Abschlussspruch, den ich hier so gerne darbiete. Der ist, schaltet rein beim nächsten Video, fahrt elektrisch und liebt das Leben. Ahoi! Ahoi!